So hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und das jetzt mal haben wir ein neues, ne zwei neue Level, ne drei, drei neue Level, zwei von Alina und eins von Rasierer gespielt. Jetzt gucken wir mal, was sich getan hat, es ist ein paar Tage her. Nix hat mal wieder was hochgeladen. Upsi Daisy. Okay. Mal gucken, was da los ist. Unterweil erzähle ich ein bisschen was. Der Umzug steht wieder bevor. Das heißt, ich weiß noch nicht, vielleicht, es sind jetzt vielleicht noch zwei, drei Folgen oder so, die ich hier mit dem großen Fernseher aufnehme, dann muss ich wieder umziehen. Und in der neuen Wohnung werde ich höchstwahrscheinlich, mein Gott. Upsi Daisy. In der nächsten Wohnung werde ich höchstwahrscheinlich nur in Anführungszeichen. Ich weiß noch nicht, wie viel es sich auswirken wird, aber ich werde auf jeden Fall maximal zwei Megabit Internet haben. Das ist einfach... Die Geschwindigkeitsmessung hat ergeben, dass es nichts anderes da gibt. Also, ja, RIP. Ist halt so ein Dorf-Dings. Aber, ey, dafür habe ich es wieder schön ruhig. So. Ja, jedenfalls... Uah, lass mich in Ruhe. Jedenfalls... Okay, Checkpoint. Jedenfalls kann ich deswegen nicht genau sagen, äh, wie es dann hier auf dem Kanal entsprechend aussieht. Ich denke mal, zwei Megabits sind immer noch mehr als genug, die man, die man zur Verfügung... Oh mein Gott. Die man zur Verfügung hat. Ich will da halt ein bisschen vorsichtig sein. Oh mein Gott. Geh weg. Okay, 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 okay. Ei, 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 ei. Noch ein Checkpoint. Ja, aber wie... Nein. Aber wie gesagt, ich will da ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß halt noch nicht, wie das alles sich aus... Oh mein Gott, den habe ich nicht gesehen. Wie das alles sich auswirken wird. Wie lang es dann dauert, bis ein Video zum Beispiel hochlädt. Ja, bei zwei Megabit down wird das Up nicht sehr groß sein. Äh, ob ich überhaupt so große Videos hochladen kann? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich kann mir zwei Megabit einfach noch nicht so ganz vorstellen. Ich glaube, das Geringste, was ich hatte, waren in Bayreuth zehn. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es aber auch alles gar nicht so schlimm. Wir werden sehen. Nur, dass ihr euch da nicht wundert sollt... Oh mein Gott. Ist die Stelle fies. Dass ihr euch da nicht wundert sollte da entsprechend... Es vielleicht etwas stiller werden. Ich weiß es nicht. Ich werde sehen, wie ich will. Ich werde auf jeden Fall auf Twitter entsprechend benachrichtigen. Sollte da auch was sein. Dass ich internettechnisch vielleicht erstmal nur das Nötigste machen kann. Wah, Hilfe. Dann würde ich es halt so machen, dass ich am Wochenende öfter mal wieder hierher komme. Was ich ja sowieso tue. Und dann nehme ich halt am Wochenende auf und dann hat man so ein paar Folgen. Und ja, ne? Also, ich meine, dann geht sowieso die Schulzeit wieder los. Und das ist ja wichtiger. Ich habe dann so viele Klassen wie noch nie. Entsprechend werde ich schon einiges zu tun haben. Immerhin bin ich dann ja richtiger Lehrer. Ne? Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Referendariat ist beendet. Ab jetzt beginnt die Arbeitszeit. So. Und das hier ist ja nun mal nicht die Arbeit. Deswegen hat das natürlich ganz stark den Nachrang. So. Ich würde sagen, was ich eigentlich machen wollte, ist, mich hier mal wieder rein, wurschteln. Und gucken, ob wir den besseren Rekord aufstellen können. Und ich werde einfach skippen. So schnell es geht, dass wir nicht gleich wieder in einem Level ewig viele Leben verlieren, wie es bisher immer der Fall war. Sondern, dass wir wirklich mal vorankommen. Also mein Ziel ist jetzt wirklich so weit wie möglich zu kommen. Alle Hammerbrüder sieben und erreiche das Ziel. King of the Hill. Da ist schon mal ein Pilz. Das ist ja schon mal äußerst freundlich. Da ist schon mal der Erste. Oh, das sind sogar zwei. Und da bin ich schon mal bei einem gestorben. Blöd, wie ich bin. Das geht aber alles. Das geht noch klar hier. Das war jetzt einfach nur dumm. Ist zwar ärgerlich um das Leben, aber was willst du machen, ne? Nein, das war nicht so das, was ich wollte. Das war... Oh, da ist der Hammer gekommen. Da oben ist aber auch was los, ne? Lassen wir den ersten mal runterkommen. Die zwei, eins. Und dann bauen wir noch den zweiten. Und dann schmeißen wir sie gleichzeitig mit dem Goomba ab. Da ist der zweite. So, wie machen wir das jetzt zeitlich? Also hier kann ich mich hinstellen. Hier passiert nix. Der, da dürfte mich auch nicht interessieren. Der ist... Der kann nix. Ja, der kann nix. Oh boy. Oh boy. Gibt's doch nicht. Stell mich schon wieder an. Ich hab ne andere Idee. Ich hab ne andere, viel bessere Idee. Aber so viel. Hier sind ja Steine. Und hier ist ja ein... Oh mein... Ach, da oben drauf sind die... Nein! Mein Plan ist schon kaputt. Mein schöner Plan ist schon im Eimer. Ja, das war mein Plan. Dann räumt der da oben nämlich auf. Und ich hab meine Ruhe. So, da ist der nächste. Oh, da kommt was nach, was ich nicht haben möchte. Okay. Gehst du runter oder hoch? Haaa. Aber hier ist das Ziel ja schon. Hä, sieben? In der Röhre da drin. Ne? Oh, Mist. Okay, ganz vorsichtig. Irgendwo ist ja bestimmt... Dankeschön. Der kommt gleich runtergerupft, wenn ich Pech habe. Ja! Nice! Genau das wollte ich. So. Das war Nummer vier. Nein! Ah, hier ist hoffentlich noch ein Pilz drin. Oh Mist. Hier drüben ist ja, hier drüben ist natürlich auch einer. Der kann auch runterspringen, mal bitte. Ciao. Gut. Da oben könnte ein Power-Up drin sein. Höh! Ich hab ein Problem. Die hätte ich eigentlich besser sitzen... Ah, die ist vielleicht nur für ein Leben. Ich weiß es nicht. Die ist auf jeden Fall nicht obligatorisch. Gut, 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 gut. Ich bräuchte aber unbedingt noch ein Power-Up. Oh Gott, nicht noch eine. Okay. Ist das wieder nur ein Leben? Wait, hier drüben ist keiner mehr. Oh nein! Oh nein! Dann ist da drüben doch einer drin. Dann ist das doch obligatorisch. Weil dann kommt da nämlich ein Hammerbruder raus. Usch! Komm runter, anderer Kollege. Der andere soll runterkommen. Danke. So. Gleich den Pilz holen. Der... Der ist gefährlich. Der wirft... Ganz schön nahe Sachen. Hilfe. Lass mich in Ruhe. So, jetzt holen wir uns erstmal den da. Und dann können wir da den abwerfen. Und wenn er zurückkommt, werfen wir den da ab. So. Jetzt brauche ich nur noch die zwei anderen. Nein! Da ist meine Bombe. Da ist mein Pilz schon wieder weg. Ist das scheiße. Jetzt bräuchte ich wieder den Pilz. Achso, der geht nicht kaputt. Ja gut. Dann machen wir erstmal mit der Bombe da drüben auf. Das müssen wir ja eh machen. Da. Möglichst schnell. Okay. Es ist ein bisschen kritisch, dass man da nur so ein paar Versuche hat. Aber es ist okay. So, jetzt muss ich hier... Yes! Yes! Okay. Nicht die Shell verlieren. Die brauche ich. Die brauche ich. Shell ist mir lieber als der Beetle. Aus dem ganz einfachen Grund ist euch ja eigentlich auch klar. Dass die nicht plötzlich wieder schlüpfen kann. Scheiße. Alles andere ist halt gefährlich. Aber die kommt wieder. Okay. Ja, klar kommt die wieder. Solange ich sie nicht kille. Ne, ich habe sie ja gekillt. Okay. Ja gut, die kommt wieder. Dann ist gut. Dann bin ich schon zufrieden. So, dann rennen wir jetzt einmal daran schnell durch. So. Okay. Ich hoffe, die kommt jetzt wieder. Sonst muss ich leider weinen. Da ist sie wieder. Sehr gut. Sehr gut. Dann sehe ich uns ein wenig Glück haben. Ich hoffe, das haut hin. Oh, jetzt kein Quatsch machen. Einfach kein Quatsch machen. Tschüss. Okay, wie komme ich jetzt zurück? Oh Gott, das muss schnell gehen. Okay. Jetzt würde ich gerne noch eine Shell mitnehmen. Äh, ja doch, eine Shell. Nach oben. Ach, ich kann mit dem Westfieh nicht klettern. Oh nein. Ich habe ein Problem. Ich muss den Goomba nehmen. Ich muss einen von den Goombas hier nehmen. Nein! Ich habe es geahnt, ich habe es geahnt, ich habe es geahnt, dass so etwas passieren wird. Nein, nicht hier schon treffen lassen. Das ist halt das Schlechteste, was passieren kann. Ach Mist. Das ist halt das Schlechteste, was passieren kann. Den Pilz müsste ich eigentlich behalten, eine Weile. So, jetzt können die runter. Dankeschön. Gleich den Pilz holen. Nur ein bisschen aufpassen, dass mich hier keiner abwürft. So, sehr schön. Und dann einmal hier drüben. Und dann, wenn der runterkommt. Der hüpft immer nur hoch im Moment. Komm runter. Du sollst runter. Sonst komme ich rüber. Geht auch. Okay. Gut. Gut, gut. So. Warum habe ich vorhin den Pilz verloren? Ich war hier bei der Bombe zu blöd, ne? Weg! Uh. Ich dachte gerade schon, dass ich das wieder versaue. Das wäre blöd gewesen. So. Sehr gut. Können wir uns auch als erstes den hier holen. Wir haben ja festgestellt, die kommt wieder, die Schelle. Es ist egal, was wir machen. Äh. Oh, das ist ja blöd. Ich bin zu weit gerutscht, ne? Mist! Mist, ich bin zu weit gerutscht. Oh, ist das ärgerlich. Ich bin zu weit gerutscht. Oh, ich glaube. Ich bin zu weit gerutscht. Könnte was werden hier. Könnte verrückt werden. Oh, ist das ein ärgerlicher Mist. so was passieren so weg mit ihr mitleidspilzie ich brauche nur noch den blöden da unten vorsichtig so nehme ich jetzt mit jetzt kommt runter 1 runter nur okay fünf leben hergegeben ich denke das ok eins kriegen wir dazu wieder spitz so weiter das ist halt wenn man das spiel das ist immer so ein ding zwischen erfolg und niederlage erst freut man sich und dann kommt direkt das nächste und dann ist wieder in der niederlage ach gott was das werde ich nicht schaffen ich jetzt einmal probieren aber das wird wohl der ist ja jetzt muss ich ja klar die freunde da es gibt wir uns ganz schnell weg da sehe ich mich nicht im moment sehe ich mich da mal gucken was so passiert ja auch mit sowas ich kann da nicht rein die münze interessiert mich auch ganz herzlich wenig ort die effekte ich will da unten hin das könnte es könnte was cooles sein ich weiß es halt nicht nein wo unten hin hier lang wehe ist es was tolliges okay sehr gut so weit so gut ja 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 nein komm mal auf mit dem quatsch da ich keine ahnung wo ein feuerwerk der effekte will nicht die maps sehen da muss überall muss so ein symbol sein sehr furchtbar so aber den pilz werden wir diesmal behalten das war ja gerade einfach nur dumm so jetzt warten wir einfach mal den sand stumm ab dann können wir hier in ruhe was damit hätte ich nicht gerechnet ich dachte das geht gut so jetzt aber hier rüber hallo wind okay wind ist erstmal weg wind geht jetzt in die richtung der eine schießt ein bisschen schneller oh boy oh boy oh boy okay ich weiß halt nicht wie lange das level geht man sieht hier keine zeit ne ne doch sechs minuten acht nein wenn es den ganzen tag wenn es sechs minuten durch so mit effekt und scheiß und nein der trichert durch mit dem pilz gibt ist sowas ist halt das was sollte man halt nicht machen naja ein level es ist nicht gerade der joker den wir hier gezogen haben okay oh nein ich muss macht euch weg danke ach ich bin aber auch ein doofi da wird dieses leben holen ich mir jetzt erstmal noch dann können wir das jetzt ändert ja nix faktisch ändert das ja eigentlich nix so jetzt lassen wir die erstmal hier runterlaufen und dann mal die erledigen sich alle von selbst das ist ganz gut dann kann ich nämlich da drauf dann ist hier alles egal ich sehe nix wohin ach so okay da gibt es noch einen neuen pilz den haben wir jetzt schon der macht komische sachen ich will den und auf will ich da eigentlich nicht auslösen okay okay ihr macht euch mal darunter so wait up ich muss oh ich muss ich muss rennen in dem sprung oder ich muss in dem schwung rennen ja hi na hier checkpoint es ist doch schon mal ein indiz und weiter zu spielen langsam okay wir spin jumpen jetzt haben wir ja in counters level genug gelernt da muss sie schneller sein im moment kriege ich immer noch zwei leben wenn ich dieses level schaffen würde also es ist im moment noch ein anreiz lass mich in ruhe so aber ich darf halt nicht was ist wenn ich den verpasse schaffe ich den sprung trotzdem ja nein da darf ich nicht hören oh ich darf da nicht oh Mist ah da kommt die decke okay da kommt die decke okay 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 also entweder ich bin schnell aber ich schaffe den sprung auch so ich muss also nicht schnell sein und dann muss ich aber am besten in der zwischen dazwischen landen am besten da dazwischen landen jetzt verliere ich die leben recht schnell das ist jetzt nicht gut ich weiß ja nicht wie lang geht dieses level das ist jetzt eine gute frage aber wir haben hier einen checkpoint damit kann die zeit auch schon wieder ja okay ich denke ich denke wir werden das hinkriegen bisschen bisschen anlauf noch vielleicht noch ein oder zweimal sterben oh ich sehe was ich machen kann ich sehe was ich machen kann ich hoffe das ist es wert dass wir das hier probieren na gut das ist es alleine schon deswegen wert weil wir üben es ist auch eine übung in gewisser weise für uns ja ich muss einfach schnell durch genau genau das so und jetzt lass mich in ruhe ah boy da ist der nächste okay aber hier kann ich jetzt eigentlich ich gehe Schild durch gut kann ich ihn aufsetzen? ja ich habe ein bisschen Angst ich weiß noch nicht was ich hier tun soll der Mold da oben muss auf die P-Switches laufen dann kommt da wahrscheinlich ein Schlüssel runter oder keine Ahnung jetzt muss der Mold da rauskommen nice und da kommt mein Schlüssel und da kommt mein Stern und dann gehen wir jetzt durch die Tür okay oh boy ich hätte kein Troll mehr jetzt oh ich hätte den Stern noch nutzen nein jetzt ist mein Schild weg oh okay das ist mein Schild wieder du Junge du mach dich weg gib mir den gib mir den Schild zurück ah uff okay jetzt verliere ich sogar den Pilz oh boy das ist kein netter Start oh mein Gott das ist überhaupt kein oh mein Gott das ist überhaupt kein netter Start macht euch weg oh nein hau ab geh da rüber hau ab nein ja dann kann ich mich auch umbringen scheiße ich darf den Pilz nicht verhauen also möglichst schnell den Pilz holen dann verliere ich ihn ja eh dann ist es egal dann ganz schnell an den Schild an den Panzer ran dass ich ihn hier direkt los werde so aber ihn zu töten scheiße ich muss den Panzer da reinwerfen also erstmal wieder einen aufsetzen dann einen rein oh okay 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 alles klar verstanden ich muss den Panzer da hochkriegen und dann ist der tot wenn man sowas vorher wüsste dann würde man natürlich mit dem Stern anders umgehen so der muss jetzt erstmal weg und den nehme ich jetzt mit und dann haben wir das nein jetzt habe ich alles verloren gleichzeitig den Panzer und meine Kopfbedeckung das ist doch dumm mach dich weg so du gehst jetzt hier rüber und tschüss okay jetzt haben wir es jetzt kann mich nichts mehr aufhalten ich werde ja wohl nicht hier verfehlen dankeschön oh boy oh boy oh boy oh boy oh boy jetzt hätte ich gerne das Ziel danke oh okay drei Leben dazu wir sind bei 15 wir haben immer noch die Hälfte wir haben immer noch die Hälfte wir können unseren Rekord verbessern wir können unseren Rekord verbessern wir können mehr als zwei Level schaffen ein Level noch dann haben wir schon einen besseren Rekord ein Level noch Underwater Mania ich weiß ja nicht gegen die Zeit kurz und knackig in Super Mario Bros. U was zum nee nee nein auf gar keinen Fall Platforming Challenge alle Münzen 60 und erreiche das Ziel gegen die Zeit Auto-Scrolling okay nein das ist was was man lernen muss nein Hotboxes ich hab schon verhauen ne ich muss da sofort rein okay ich muss da sofort rein da ist ein Schlüssel drin das ist mir viel zu riskant nein hier verlieren wir viel zu viel Claw Level Claw Level okay der oh der ist gefährlich der ist okay da muss ich jetzt aber direkt weiter ich weiß halt nicht ich weiß halt nicht oh nein ja ah der Sprung ist ah ich weiß nicht wie lang das geht wir gucken mal wie lang das geht also was der Rekord sagt man kann es in einer Minute 10 schaffen das ist halt das ist halt ein unschöner Sprung das ist halt ein unschöner Sprung ah das ist der ist mir zu unschön den den kriege ich nicht der ist mir zu risky tut mir leid der ist mir zu risky ich will jetzt gerne ein Level sehen wo ich das Gefühl habe okay das ist schwierig aber ich verliere nicht zu viel Leben wenn ich es probiere okay Sky Battle ich weiß noch nicht wo der Battle stattfindet okay den kann ich auslösen aber dann kommt gleich da muss ich aufpassen dann kommt gleich der nächste ach boy ja nein da kam direkt der nächste ja muss ich ein bisschen schneller rüber will ich das probieren einmal probieren wir es noch ein Leben probieren wir noch aber dann ist okay was sagt hier der Rekord ah ja das war deutlich oh nee nee okay okay wenn wir jetzt tot sind war es das nein keine Ahnung wie weit das geht traue ich mich nicht das traue ich mir nicht zu what what hä hä okay habe ich jetzt ein Leben dadurch verloren man weiß es nicht man weiß es nicht es ist auf jeden Fall ein neues Level das ist ein Speedrun verdammt oh und auch noch einer der nicht funktioniert so wie ich mir den vorgestellt habe soll ich das noch einmal traue ich mich noch aber dann ich glaube das haut nicht hin ne ne ist mir viel zu das ist wieder sowas das muss ich halt lernen kann jetzt kein Spiel kein Level ich habe ja nur noch 6 Leben 5 5 oder ach du scheiße 5 Autoscrolling es ist auch wieder was wo ich schnell reagieren muss und alles wissen muss nein nein wir haben diese Leben nicht wir haben die Leben nicht um das zu lernen jetzt wird es kritisch jetzt wird es kritisch jetzt wird es oh nein hä ach so ja cool aber wir gucken mal wie es weiter geht mein Fernseher hat sich ausgeschaltet Bruder mal schaltet das sich einfach ein jetzt schaltet das sich einfach aus ich weiß nicht was das für eine Frequenz ist aber irgendeine Frequenz hier schaltet seit gestern meinen Fernseher ein und aus was ist das denn muss ich nachher wieder den Stecker ziehen das hat mich gestern echt ne ich habe das auf Twitter geschrieben äh ich bin mehrmals erschrocken ja Moment aber hä ist jetzt die Switch auch ausgegangen wieso geht denn die Switch mit aus wenn der das war ja strange das war ja strange also jedenfalls äh ich weiß nicht der letzte Sprung hier sieht mir extremst kritisch aus soll ich es einmal probieren wir probieren es einmal nein das ist ja nicht das ist ja nicht probieren hä kann ich den Sprung hier nochmal simuliert bekommen also kommen die vielleicht nochmal guten Morgen toll nein was bin ich denn für eine Nuss nein okay dann skippen wir traue ich mich nicht das werden wir gleich noch richtig spielen das hole ich mir auf jeden Fall hier das den Sieg aber nicht jetzt normal normal landet bei äh Dings okay ohne den Boden zu berühren wieder super ich bin so ich bin tot das kriege ich nicht hin ich habe nämlich nur einen Versuch seht ihr ja irgendwie kommt mir das total bekannt vor nein ich hätte hier warten müssen ach so springen darf man ja springen darf man ja nicht ja guten Morgen ich will es trotzdem kurz probieren wie weit ich gekommen wäre oh das ist auch aber richtig kritisch das abzustimmen ich weiß nicht ob das jetzt gezählt hätte genauso hier wie stimmt man das denn ab okay aber da muss ich jetzt auch dann richtig aufpassen dass ich nicht runterfalle und gleichzeitig die Bus nicht ich meine mir ist klar ich kann es nicht mehr schaffen das müsst ihr mir nicht müsst ihr mir jetzt nicht schreiben ich weiß dass ich es schon lange versaut habe okay mich interessiert halt nur oh mein Gott was wo ist der Eingang da wait jetzt muss ich den mitnehmen na klar ich hoffe es geht überhaupt nach oben ich habe keine Ahnung wo ich hin muss ich denke mal schon dass es nach oben geht das war knapp jetzt wird es immer enger hier kann das sein oder kommt mir das nur so vor oh Gott ist das doof jetzt stehen wir still nein der geht mir zu nah an die Geiste ran boah hey es dauert drei Jahre hier hochzukommen jetzt geht es ganz gut gerade also ich hoffe wir werden auch irgendwo failen weil sonst wäre das mein einziger Moment wo ich gefällt habe am Anfang und das würde mich doch sehr ärgern äh okay jetzt kann ich wahrscheinlich dann irgendwie auf so ein Ding drauf ja jetzt wäre ich gefallen jetzt wäre ich gefallen das hätte schon wieder nicht gezählt naja ich wäre gerade gefallen dann wäre es gerade schon wieder vorbei gewesen an der Stelle okay so ich darf wahrscheinlich nicht runterfallen aber ich darf auch nicht oh boy okay was kommt jetzt gut da wäre eh Ende gewesen selbst wenn wir nicht diese Challenge gehabt hätten der kam unerwartet ah okay das war zwischenzeitlich ein bisschen komisch mit dem ausgeschalteten Fernseher und die Levels sind nicht ganz so nett gewesen aber es ist auch Super-Expert aber ich hoffe euch hat der neue Super-Expert-Versuch gefallen wir haben leider nicht mehr geschafft und ich werde jetzt sowas von den Fernseher abschalten und den Stecker ziehen wie ich das gestern auch gemacht habe es hat sich halt echt immer wieder eingeschaltet ich habe es auf Twitter geschrieben erst so habe ich so einen Scherz-Tweet gemacht so von wegen hey Fernseher lass das mal und dann ist es immer wieder passiert das äh war creepy und jetzt gerade schaltet das sich einfach aus nein möchte das nicht so das mit dem Internet habe ich gesagt ich weiß also nicht wie wie videotechnisch und so ne wisst ihr Bescheid umzug und so weiter blablub äh Schulzeit wird bald wieder anfangen eine Woche also am am 10. September sind die Ferien rum sagen wir es so und ja dann werden wir mal schauen wie es weitergeht was ich auf jeden Fall gerne spielen möchte in nächster Zeit wenn es dann kommt ist Links Awakening das auf jeden Fall ähm weiß gerade gar nicht wann es rauskommt aber ist ja egal also es wird auf jeden Fall weitergehen nur es kann halt passieren dass es dann vielleicht zur Schulzeit gerade dann wieder nicht jeden Tag oder so ne ich weiß wie gesagt nicht wie es mit dem Internet aussieht wie es mit der Zeit aussieht und ich werde garantiert nicht äh Schule oder sowas vernachlässigen für für YouTube das kann ich nicht bringen ist auch ganz klar so danke fürs Zuschauen und tschüss ich bin das ist ja das ist ja ich bin Untertitelung des ZDF, 2020